Hallo meine Freunde, hier der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen Runde League of Legends. Ich finde das total toll, ich habe das gerade so gemerkt, so Samira. Kein Plan, was sie kann. Das ist mir gerade so einfach mal so aufgefallen, dass ich mit ihr zusammen auf der Lane bin und ich habe absolut... Aber sie sieht cool aus, definitiv. Aber ich weiß nicht, was sie kann. Hat ein bisschen was von einer Walküre. Oder von einer Amazonin, besser gesagt. Aber wie schon gesagt, ich weiß nicht, was sie kann. Will die jetzt eigentlich Blue haben oder... Ich dachte, der hätte jetzt hier Blue haben. Okay. Haben mich gerade ein bisschen gewundert. Alles klar, die schießt mit der Pistole, aber hat einen Bogen. Und hinten. Wie tof ist das denn? Ach, schön. Mach ich ja auch immer, ne? Ich nehme auch immer irgendwas mit einem Schwert. Aber benutze das nicht. Benutze lieber meine Fäuste. Die sind schärfer als ein Schwert. Schärfer als die Realität. So, erstmal kurz hier warden. Also scheiße, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also die hat noch voll live, ja. Ich dachte, das ist scheiße, ich töte mich jetzt selber, aber irgendwie... Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, weil Samira auf der Lehne ist. Kann man nur verwirrt sein. Ah ja, was macht die für Damage? Was ist bei der los? Dass die Wayne Damage macht, das ist klar, aber die macht ja auch aua-aua, du. Na gut, bringt nix. Ja, zu weit weg. Aber es ist gut, damit kann Samira farmen. Alter, was ist das für ein Damage, ey? Schade. Hätte ja auch hinterher flächen können, aber hätte mir jetzt nichts gebracht. Das ist so geil, Gerwin geht. Wir greifen an. Wäre voll witzig jetzt gewesen, wenn Gerwin doch nochmal zurückgekommen wäre. Es wäre so geil gewesen. Ja. Würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die Schuhe. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich jetzt lieber zuerst erfüllen... Obwohl Donnie jetzt auch nicht schlecht wäre, ne? Donnie wäre jetzt auch nicht doof. Ich finde das ja immer noch übelst geil, dass ich einen Bogen hinten habe und immer noch wieder Pistole schieße. Finde ich so genial. Der Dekobogen. Geht die denn hin? Achso. Ach krass. Ich dachte, die geht jetzt hier wandern. Ich bin jetzt hier. Alter, was, aber warum? Warum macht die so ein Damage? Alter. True fucking damage oder was? Das ist schon, äh, boah, krass, ey. So, ich hol mal jetzt mal die Schuhe. Alter, das ist ganz cool, äh, die Botting-Konstellation, weil da kann man ganz gut auf, ähm... Ja, ne? Ich will schon hier auf, äh, Sona gehen. Ja, Chris, da kam es ein bisschen sehr spät. Das ist mein Juder. Das ist Bergtache, ja, ne? Ja, okay. Ich dachte schon, wieder der, der, äh, Höllendrache, den hätten wir eh nie bekommen. Davon abgesehen. Wett ich mal... Fuck, das war auch richtig doof. Das war richtig doof. Nein, der Drache. Oh, ich hab an den Drachen nicht gedacht. Oh, fuck. Geil. Ähm... Also, es ist eigentlich schon richtig traurig, dass uns der Drache eigentlich mehr Damage gemacht hat, als, äh... Ja. Allzuwen und, äh, Sona. Oh, ich hab an den Drachen nicht gedacht. Problem ist, wir sind halt noch Level 5 Das ist Level 6 Jetzt geht es los, jetzt wird you gefickt Wir können gerade absolut leider nichts machen Ups Was war denn das? Was war denn das für ein Skill-Move? Das war das für ein Move, ey Der Move war ja mal richtig geil Oh, geil Oh, geil Oh, nee Der war nicht schlecht Der Move ist cool Oh, geil Ne War der beste Move IA West, ne Muss man ja echt sein Ich habe mich gerade zuerst so gewundert Hä, was hatten die vor? Die muss ja irgendwas vor Ach, dass sie einfach sich zurückflecht Damit hätte ich jetzt nie gerechnet Der Tag ist gekommen Geil Na, nee Schön Da hatte ich glaube ganz kurz einen Pullenleck Was macht denn der hier? Oh,那个 , Mann Oh, nein Oh, someone Oh, man aber ihn steht immerhin 30 da muss man ja dazu sagen mit war absolut nie aufgefallen wo die drei kilder behalten egal steht 30 die haben level acht ist scheiße das war ganz leicht nicht auch nur ganz leicht ich finde ich finde die runde irgendwie cool da muss man ja echt sagen die runde hat was deshalb spielen müsste man heute an der nie Problem ist auch bei Wayne, die geht gleich Level 9 Ich habe immer noch Level 7 Boah, ich traue mich irgendwie nicht bei Wayne rein zu gehen Ich weiß nicht wieso, ich habe Angst Potter Ja, ich weiß auch Das war ja richtig schlau Oh, jetzt kommt sie alle Das war jetzt nicht so geplant, aber Gut Naja, obwohl was Gavin macht, ist gar nicht dumm, dass es voll schlau aus Gavin macht Wieso werde ich eigentlich, wieso werde ich als Noob bezeichnet? Wieso immer ich? Das tut mir in der Seele weh Ja So Jetzt geht's los auf der Bodle Weil keiner mehr da ist Jetzt werden 5000 Sachen hier kaputt gemacht Muss halt jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil ich habe nichts gegen Kriegsverweigerer gebaut Ey, dafür, dafür kann ich, konnte ich jetzt nichts, ne? Aua Mutti, Alter, habe ich die kommen hier Ich war gestunt, aber es ist ein bisschen doof, ich bin dann reingerannt Also was heißt reingerannt, ich konnte dann nicht mehr raus Ich hätte aber in der Mitte von dem Stunt bleiben sollen Ähm Naja, wie schon gesagt, ich kann halt nichts machen, weil ich nichts gegen Dings gebaut habe Ich habe halt nichts gegen Kriegsverweigerer gebaut Gerade momentan Alter, die hauen uns hier komplett Komplett die Kacke hier kaputt, ne? Tschüss, Kerwin Oh, fuck Oh, das lief am Anfang echt gut Das Problem ist bei uns jetzt gerade Ähm Wir laufen jetzt gerade einzeln rein Das ist natürlich jetzt auch scheiße Und ich brauche definitiv krass wegen Äh, definitiv was gegen Kriegsverweigerer Da habe ich echt ein Problem Okay Okay ja da ist die laune wohl im eimer ich bin das trotzdem witzig du mir leid ist eigentlich gar nicht witzig kommen wir doch schaffen nur in die maulung so sogar die kaputt keine profilte chance Ich komme da nicht hin, sorry. Keine Chance mehr. Ey, fuck, ich brauche was gegen Kriegsverweigerer, ne? Alter, die, der, 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 der Höhlenmaske. Keine Chance mehr, ey. Der, der fickt mich komplett aus dem Leben. Tschüss. Komm, Kriegsverweigerer, komm, Kriegsverweigerer. Komm, Kriegsverweiger, komm, Kriegsverweiger. Eine Millisekunde, eine Millisekunde. Ah, das ist vorbei, ne? Weil, ja. Keine Chance mehr, das ist... Boah, hätten die sich nie so gestritten. Das war, das ist halt scheiße, wenn die anfangen, sich so zu streiten im Team. Da geht irgendwie die Team-Dynamik immer kaputt. Kriegsverwitzig, aber... Ist halt immer schade, wenn er die Team-Dynamik drunter leiten muss. Ja, ich bleibe doch hier drin. Ja, scheiße war's, würde ich sagen, aber trotzdem nicht witzig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ-akkusativ. Im nächsten Video bis dahin, haut rein und tschüss. Bis dann! Los. 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 Vielen Dank.